Einen wundervollen guten Tag und willkommen zurück. Heute wollen wir noch mal uns eine ganz besondere Eigenschaft angucken, die AutoKey euch zur Verfügung stellt, nämlich den Store. Der Store heißt nicht irgendwie, dass ihr Pay2 irgendwas habt und euch da Skripte kaufen könnt. Nein, ihr könnt euch im Store Variablen hinterlegen und die können dann von allen Skripten einfach aufgerufen werden. Das heißt, ihr könnt irgendwann mal einfach beim PC Start sozusagen euer Passwort eingeben und dann kann man dieses Passwort in dieser PC-Sitzung zum Beispiel von allen Skripten verwenden, die zum Beispiel Administratorrechte bei euch brauchen. Also zum Beispiel, wenn man Backup hat, wobei Backup eigentlich nicht unbedingt, aber wenn man einmal patchen, also einmal Updates hat, einmal hat man dann noch irgendwas anderes, was Adminrechte braucht und so weiter und so fort. Dann hat man nur einmal diese Nervigkeit, dass man ein Passwort eingeben muss und dann funktioniert es für alle. Das ist ziemlich praktisch und deswegen zeige ich euch mal, wie dieser Store funktioniert. So, wir fangen mit einem leeren Skript an und wir benutzen den Store, indem wir einfach store.set global value verwenden. Und dann haben wir hier im Endeffekt Key-Value-Paare, das heißt zum Beispiel hier einmal Passwort und dann haben wir eben hier das Passwort, das über den Input gekommen ist, das heißt User Input könnt ihr hier eintragen und dann habt ihr hier das Passwort gesetzt. Ich setze jetzt das Passwort einfach mal, also ich meine, ihr wisst ja wie das geht, Dialoge habe ich euch ja schon gezeigt, ich setze das Passwort jetzt mal auf 1234 oder ASDF1234 und dann könnt ihr da einfach irgendwann später dieses Ding verwenden und zwar in jedem Skript. Das ist das Coole eben daran, aber wir verwenden es jetzt hier nur mal in diesem Skript, also Dialog, Info, also Info, Dialog mit Message gleich Store.getGlobal, Global, hey, hey, Value. Wunderbar. So, und das liest im Endeffekt diesen Store aus, der dann einfach im Hintergrund läuft und der sagt euch dann, yo, das ist der Wert, der da drin steht. Sieht dann, achso, ja, vielleicht sollte ich es noch fertig schreiben, bevor ich irgendwas versuche auszuführen. Wir müssen natürlich angeben, welchen Wert wir jetzt auslesen. Das ist ähnlich eigentlich wie bei JavaScript-Cookies, wie bei Python-Dictionaries, wie bei eigentlich allem, was mit Key-Value-Paaren funktioniert und zwar wollen wir hier jetzt natürlich das Passwort auslesen. Das ist sozusagen unser Schlüssel und darüber kommen wir an das Passwort und zwar das Passwort sieht dann aus ASDF1234 und das könnt ihr dann zum Beispiel in der Commandline verwenden und so weiter und so fort. Ziemlich cool eigentlich. Entfernen könnt ihr das Ganze selbstverständlich auch wieder, indem ihr einfach den Store.remove-Value nehmt und zwar habt ihr dann da einfach die Möglichkeit, das Passwort zu entfernen. Und wenn wir jetzt dann nochmal probieren, das Passwort ausgeben zu lassen, dann haben wir folgende Situation. Das ist erstmal, wo das Passwort existiert. Dann drücken wir OK und dann funktioniert das einfach nicht mehr. Das heißt, das ganze Skript stürzt einfach ab, weil dieser Value hier einfach nicht existiert. Okay, das heißt, wenn ihr auf ein Global Value zugreift und ihr seid nicht sicher, ob das auch wirklich funktioniert, dann baut ein Try-Catch drumherum. Ja, Catch, ne? Try-Catch. Es heißt in meinem Kopf immer Try-Catch, aber man schreibt es nicht Try-Catch, es tut mir leid. So, Accept und dann sagen wir hier, dann sagen wir hier, lasst mich das kurz fertig schreiben. Error, kein Passwort hinterlegt. So zum Beispiel könnte man das machen. So, das jetzt, wenn das Passwort existiert und ich sollte vielleicht das Ganze vollständig fertig schreiben und zwar Remove Global Value natürlich, damit wir auch einen globalen Wert entfernen können. Es gibt auch einen lokalen Store. Also ich führe es nochmal ganz kurz aus. Hier haben wir eben das Passwort und dann haben wir plötzlich Error, kein Passwort hinterlegt, weil wir das natürlich wieder hier entfernt haben. So, es gibt auch die Möglichkeit, lokal Werte zu setzen. Das heißt, hier machen wir im Endeffekt dann nur Set Value und hier machen wir nur Get Value und hier machen wir nur Remove Value. Im Endeffekt ist das genau dasselbe, nur dass es eben nicht global, sondern nur lokal ist. Das bedeutet, globale Variablen können von allen Skripten ausgelesen und genutzt werden, während lokale Variablen können immer nur von diesem Skript hier verwendet werden. Deswegen sehe ich nicht wirklich den Sinn in lokalen Variablen, also lokale Values zu setzen im Store. Denn dieser Store, der wird halt von Autokey zwar gehandelt, aber ihr könnt das ganze Ding auch einfach in einer eigenen Variable verwenden. Also einfach ein eigenes Dictionary schreiben und ihr habt genau dieselben Funktionen. Während global, das ist schon sehr komfortabel, wenn man da quasi Parameter oder irgendwelche Variablen zwischen den verschiedenen Skripten teilen kann. Aber eben lokal hat nicht wirklich einen Mehrwert, deswegen zeige ich euch hier hauptsächlich die globale Variante. Ja und damit könnt ihr jetzt zum Beispiel dieses Passwort-Skript realisieren, das ist überhaupt kein Problem mehr. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Das war es eigentlich auch schon wieder fast. Der Rest ist jetzt im Endeffekt an euch. Ihr sollt euch hier natürlich für euch gute Skripte schreiben, die für euch irgendwie einen Sinn haben. Und dann natürlich euren Desktop automatisieren, so wie ihr das eben braucht. Und ich glaube, da kann man wirklich sehr, sehr viel machen. Wie gesagt, ich habe hier meine ganzen neuen G-Tasten von meiner Tastatur, habe ich mir gebeindet, plus noch ein paar zusätzliche Dinge. Cinnamon stellt zwar auch schon recht viel zur Verfügung, aber natürlich keine komplette Scripting-Engine, die dann auch noch so ausgefeilt ist. Und ja, ich denke, wenn man seinen Desktop in Linux wirklich gut benutzen möchte, dann kann man das durchaus auch machen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ja, lasst mir gerne Feedback da. Ein Abo würde mich natürlich auch immer freuen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.